Moin moin und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Phil und ihr schaut Get Good mit Kindred. Dieses Format soll euch in kurzer Zeit einen möglichst detaillierten Einblick zu dem jeweiligen Champ geben. Fangen wir deswegen jetzt direkt an. Beginnen wir wie immer mit den Runen, der Skill Order und dem Item Build. Im First Tree geht ihr auf Precision und nehmt hierbei entweder Press the Attack oder Conqueror mit. Ich bevorzuge Press the Attack, aber Conqueror wird deutlich häufiger gespielt. Allerdings wurde Conqueror auch erst letztens wieder genervt und daher würde ich mit der PTA Variante gehen. Im Precision Tree geht ihr danach auf Triumph, Legend Alacrity und Coop de Gras. In seltenen Fällen kann man aber auch Last Stand mitnehmen, weil es sehr gut mit der Ulti synergiert. Im Second Tree geht ihr auf Domination und nehmt daher Sudden Impact und Relentless Hunter mit. Bei den Zusatzwerten empfehle ich euch Attack Speed, Adaptive Force und Armor. Die Skill Order ist super simpel und da gibt es auch keine wirkliche andere Variante. Ihr beginnt im Jungle immer mit der W und skillt danach die Q und als drittes geht ihr dann auf die E. Beim Maxen beginnt ihr mit der Q, dann kommt die W und zuletzt die E. Bei dem Item Build gibt es zwei grundlegende Unterschiede. Es gibt einmal die Crit Variante und einmal die eher On-Hit-lastige Variante. Generell empfehle ich euch immer Red Smite und in den meisten Fällen auch Warrior zu kaufen. Wenn das Gegnerteam viele Tanks hat, kann man sich aber auch für das Attack Speed Jungle Item entscheiden. Wir beginnen jetzt aber mit dem Crit Item Build. Hierbei kauft ihr Warriors und die Attack Speed Boots. Danach kommt das erste Crit Item und zwar Phantom Dancer. Darauf folgt Infinity Edge und Rapid Fire Camp. Als letztes Item könnt ihr euch für Lifesteal und somit Blade entscheiden oder ihr kauft Guardians Angel. Das müsst ihr aber abhängig vom Gegner Team entscheiden. Das On-Hit Item Build sieht wie folgt aus. Hier habt ihr durchaus die Wahl zwischen dem AD und Attack Speed Jungle Item. Aber egal wie ihr euch entscheidet, ihr geht auf jeden Fall auf die Red Smite Variante. Danach folgen wieder Attack Speed Boots. In seltenen Fällen könnt ihr aber auch Ninja Tabis oder Mercs kaufen. Jetzt geht ihr auf Black Cleaver und kauft danach Blade. Das sind bei diesem Item Build definitiv eure Core Items. Jetzt kommt es ganz auf das Gegner Team an, denn hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder geht ihr jetzt noch auf Crit und damit Phantom Dancer und Infinity Edge. Oder ihr geht weiter auf On-Hit mit Width's End und Guardians Angel. Ihr könnt die letzten Items also wirklich frei wählen. Dabei müsst ihr die Priorität aber selber einschätzen können. Das Pathing ist bei Kindred enorm entscheidend, denn ihr wollt unbedingt eure Marks bekommen. Und daher ist es auch sehr belohnend, wenn man direkt bei der Krabbe ist, wenn sie spawnt. Ich empfehle euch deswegen am Red Buff zu starten und danach die Wolves, den Blue und den Grom zu clearen. Jetzt habt ihr abhängig von dem Leash noch etwa 20 Sekunden, um für einen Gank zu schauen. Wenn ihr dieses Zeitfenster allerdings verkürzen wollt, könnt ihr nach dem Red Buff einfach die Raptoren machen und danach den clearen normal weitermachen. Der Spawn von eurem Mark ist leider komplett random an den Krabben und deswegen müsst ihr auch ein wenig Glück haben, dass eure Krabbe gemarkt ist. Je nach Enemy Jungler und dem Pathing von ihm ist es in seltenen Fällen aber auch möglich Double Crab zu machen. Bei dem Gromp und den Raptoren muss man mit Kindred ein wenig aufpassen bzw. richtig kiten, weil man sonst relativ viel Leben verliert. Und kiten ist auch schon das richtige Stichwort. Weil Kindred offensichtlich ein Range Jungler ist, ist es umso wichtiger, korrekt zu kiten, damit man ihre Stärke auch richtig ausspielen kann. Die Frage, wie schwer ist Kindred, würde ich mit 3 von 5 Ambossen beantworten. Das liegt daran, dass das Jungle Pathing und Jungle Tracking auf ihr viel wichtiger ist als auf anderen Junglern, weil man perfekt um ihre Marks spielen muss. Ohne Marks hat Kindred nämlich basically gar keine Passive. Und ab sofort werde ich euch zu dem Champion, um den es sich in dem Guide dreht, noch ein paar Personen nennen, die diesen Champion meiner Meinung nach relativ gut spielen und von denen ihr noch was lernen könnt. Bei Kindred empfehle ich euch an erster Stelle Kirai. Er ist sowieso ein enorm starker Jungler, war unter anderem auch Rank 1 auf EU West, spielt aber auch gleichzeitig eine ziemlich gute Kindred. Und als zweite Person kann ich euch mich ans Herz legen. Ich spiele Kindred nämlich auch relativ erfolgreich und den ein oder anderen Tipp könnt ihr bestimmt auch mitnehmen. Damit war es das Ganze auch schon. Gönnt mir ein Abo, lass deine Bewertung da und was mich umso mehr freuen würde, wenn ihr mir Feedback zum Video als Kommentar schreibt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg mit Kindred.